Kommt, liebe Kinder! Heute haben wir zuerst Kunstunterricht. Oh ja, Kunst! Yay! Ja! Ich liebe Kunstunterricht! Bestimmt wird dir der Kunstunterricht auch gefallen, Flauschestein. Oh, Bruder! Diese Collage sieht so lecker aus, die möchte ich glatt essen. Deine ist auch wundervoll, Bobby. Ich liebe all die Farben. Magst du mir erzählen, was auf deinem Bild zu sehen ist, Perry? Das ist mein Freund, Flauschestein. Was? Er ist weg! Waju, Flauschestein gehört mir. Ich, ähm, hab gedacht, er möchte sich was anziehen. Nein, Flauschestein muss sich nichts anziehen. Waju, gib Perry doch bitte den Stein zurück. Entschuldige, Perry. Flauschestein ist einfach super süß. Vielen Dank, Waju. Vielen Dank, Waju. Vielen Dank.